Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Legion mit eurem Brocken. Ja, heute geht es wieder mit der nächsten Folge weiter. Wie viel DPS bringen meine Items? Dieses Mal geht es um den Feral Druiden. Für die Eule habe ich es leider nicht gefunden. Genauso wie aktuell für den Parler DD, für die Hunter, für den DD Monk, für den Demon Hunter DD und auch für die anderen Specs, habe ich es aktuell, wie den Elo Shami, Verstärker Shami und so, habe ich es aktuell leider noch nicht gefunden. Tut mir wirklich leid, ich gebe mir da natürlich die größte Mühe, das schnellstmöglichst zu finden und natürlich auch für euch noch schnellstmöglichst zu veröffentlichen. Andererseits hat jemand natürlich diese Information, so kann er mir diese gerne per PM zukommen lassen, mit der Quelle natürlich, damit ich gucken kann, ob die Quelle auch vertrauenswürdig ist und dann werde ich die natürlich auch gerne davon veröffentlichen, sofern das jemand möchte. Ansonsten werde ich natürlich fleißig weitersuchen für euch. Aber damit wir jetzt nach langer Rede auch zu dem Punkt kommen, wo es hier eigentlich um das Thema geht, fangen wir auch gleich mal damit an. Dieses Mal geht es um den Feral Druiden, wie ich schon gesagt habe. Und zwar, ein Punkt Beweglichkeit bringt ein DPS, ein Punkt Meisterschaft bringt 0,65 DPS, ein Punkt kritischer Trefferbert bringt 0,63 DPS, ein Punkt Vielseitigkeit bringt 0,60 DPS und ein Punkt Tempo bringt 0,51 DPS. So, zu der Berechnung habe ich ein Beispiel gemacht, gehen wir davon einfach mal aus, dass ein Item 451 Meisterschaft, 644 kritischer Trefferwert und 1298 Beweglichkeit hat. Dann wird das Ganze aktuell wie folgt berechnet. Das Item hat 451 Meisterschaft, diese nehmen wir mal 0,65, weil das pro Punkt ist, ergibt dann eine DPS, nur für die Meisterschaft von 293,15. Das Item hat 644 kritischer Trefferwert, dieses nehmen wir dann mal 0,63. Sorry, ich habe gerade Schluck auf. Mal 0,63. Daraus ergibt sich dann eine DPS für den kritischen Trefferwert von 405,72 und dazu guter Letzt dann die 1298 Beweglichkeit, die nehmen wir mal 1, weil ein Punkt Beweglichkeit ein DPS ist. Das ergibt dann 1298 DPS. Das Ganze rechnen wir uns dann einfach einmal zusammen, die 293,15, die 405,72 und die 1298. Das ergibt dann insgesamt eine DPS für dieses Item von 1996,87 in der Theorie, aber meistens kann man das schon eigentlich sehr genau dann nehmen. Ja, Leute, das war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Fable Druin, die Berechnung für die DPS eurer Items. So habt ihr jetzt auch mit dem Fable Druin die Möglichkeit, euch festzulegen, wie viel DPS macht mein Item und lohnt es sich, dieses Item zu tragen oder dieses. Da könnt ihr euch das jetzt ganz einfach einfach ausrechnen und dann seht ihr selber, ob dieses Item, was ihr jetzt zum Beispiel habt, 1696,87 bringt und das andere, was vielleicht gerade im Rate gedroppt ist, da habt das dann vielleicht euch 1900 oder vielleicht auch 2050,77 DPS bringt. So könnt ihr euch das jetzt einfach mal ausrechnen und könnt dann selber halt auch ein bisschen bestimmen, okay, für mich ist das jetzt vielleicht nur ein kleiner Boost von 0,3 DPS. Für meinen Freund oder meinen Gildenkollegen wäre das vielleicht ein größerer Boost, wie ich das jetzt sehe. Könnt ihr so ein bisschen auch freundlich dem anderen mithelfen oder halt sagen, okay, für mich ist das jetzt schon ein großer Boost. Habt ihr jetzt halt die Möglichkeit, mit diesen Werten die DPS, eure einzelnen Items auszurechnen? Ja, auch natürlich nochmal da, auch Twinkets wie Procs und sowas könnt ihr alles damit jetzt ausrechnen. Ja, das war es dann auch eigentlich schon wieder und wie gesagt, für die anderen Klassen bin ich fleißig am Suchen täglich für euch, um euch das natürlich auch noch zu präsentieren. So, sollte euch das Video gefallen haben und ihr wollt gerne mehr davon sehen oder einfach euch hat das Video einfach so gefallen, es war sehr informativ für euch, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst, indem ihr einen Daumen nach oben für mich macht und wenn ihr Fragen haben solltet, könnt ihr diese gerne natürlich jederzeit in die Kommentare stellen. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch euch... wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Abend und ja, eine angenehme Woche natürlich auch. Ich bin auf jeden Fall raus, haut da rein!